Hallo herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft PS4 Edition hier im wunderschönen Dschungel von Goldarion die Jahr um wir sind ja immer noch auf der Suche nach Kürbülle Kürbissen sage ich schon nach Melonen weil ich möchte ein paar Heiltränke erstellen aber ohne Melonen ist nix Prozent Sonny D ich will dich noch mal grüßen hat mir auch noch mal Prozent nachträglich noch mal Prozent das Rezept gesagt um für den Heiltrank mit den Prozent mit der aus mit der Regeneration quasi als sehr permanent so ein bisschen halt Prozent das Problem ist dafür braucht mehr Gästrennen die sind glaube ich noch schwerer zu bekommen als Melonen darum Prozent ähm gab es noch einen anderen Tipp von Sonny D und zwar soll ich doch mal äh im Dorf vorbeischauen äh und gucken ob die da vielleicht welche verkaufen Melonenstückchen daraus kann ich ja Samen machen die Idee finde ich nicht schlecht ähm aus dem soll ich doch mal gucken ähm ob hier in der in der Festung noch äh ein paar Kisten sind oder so die ich übersehen habe ob da vielleicht ein paar Melonen drin sind aber ich bin mir da nicht so sicher weil ich habe ja eigentlich diese Festung hier schon auf den Kopf gestellt soweit und ich glaube nicht dass hier noch irgendwo was ist also ich bin mir da echt nicht so sicher wenn dann müsste ich schon ein bisschen weiter gucken also hier ist zwar eine Truhe aber die ist leer ähm so jetzt müssen wir nur gucken dass ich mich nicht verlatsche weil das mache ich nämlich sehr gerne in solchen in solchen äh die Arialen ich hab dann Händchen dafür kann man könnte man sagen das ist groß scheint hier nicht zu sein weil ich ständig über den Sackersen da auch schon wieder das ist es könnte höchstens hier hinten rücken wenn ich bin also ich glaube hier ist es nichts ist das wird glaube ich hier nichts besonderes es sei denn ich gehe mal hier entlang das ist die Zauber ich bricht aber durch er gut aber da kann man jetzt nichts machen um wie gesagt das mit die Dorfbewohner fand ich eigentlich die bessere Idee und ich denke mal das werden wir auch in Angriff nehmen so äh wo geht's nochmal lang hier geht's lang gut ich weiß ein Dorf ist ja in der Wüste da ähm wo ich mich mal versteckt hatte oder besser gesagt wo ich eine Nacht überlebt habe dort war ein Dorf ob noch irgendwo hier in dieser Welt ein NPC Dorf ist das kann ich nicht sagen also da müsste man schon ein bisschen auf Suche gehen aber wir können ja mal erstmal in dem einen Dorf gucken wo ich ja war vielleicht haben wir ja Glück und einer von denen verscherbelt da ein bisschen was und dann kann ich den auch äh gleich noch ein paar Kartoffeln abmöpsen die eine Nachricht das wollte ich allerdings nicht immer nicht an der selben Stelle was immer da speichern in die Merkwürdig sehr sehr spiel gehen mein Gott die Wand sie konnten mehr für das Leben so wir sind gleich da und dann machen uns dann auch gleich direkt auf den Weg weil es kann ja nicht sein dass wir also die sich um ein nur wegen so ein paar Milchen die Frage ist doch ich glaube ich brauche dafür noch ich nehme mal lieber eins mit weil sonst dauert es gleich eine halbe Ewigkeit bis ich darüber gezuppert bin ich kann mir auf den Weg ich kann es mal irgendwo der Werkbank ach ich kann mich nicht mehr daran erinnern wenn er bei euch einfach schnell oben einstehen es einfach geht um der Baum einfach mal schnell ein oder zwei und es dürfte dann eigentlich nicht das stellt zwei Bauten so dass man sich die Gäste die Königler wir hatten ja noch noch stiegen die habe ich jetzt gar nicht gesehen egal auf zu neuen Taten auf zum Atem auf zum Atem auf zum Atem auf darüber auf jeden Fall es ist auch gut dass es gerade Tag ist das trifft sich sehr sehr gut ach dass die Miene wo ich mit Cloud drin war der wird sich wundern wenn es nächstes Mal in der Welt auftaucht ähm weil ich hab ja da unten ein bisschen äh Treppe und so gebaut naja kommt er wenigstens schnell raus so da drüben ist mischt egal wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg so hier schmeiß ich das jetzt mal da rein und hoffe dass ich es nicht gleich wieder schrotte weil ich hasse es wenn ich die Dinger schrott so Brum 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 äh es sind die es hat ein Außenport Motor so da unten schwebt ein Block einfach so ich weiß ich nur nicht mehr genau wo wir überhaupt hin müssen ich muss mal auf die Karte gucken ähm die Richtung scheint zu stimmen ja doch kommt mir bekannt vor da hinten ist glaube ich der Tempel er sieht gut aus dann gehen wir da auf jeden Fall ähm dann gehen wir da auf jeden Fall mal hin zu unseren lieben Nachbarn so jetzt darf ich hier schon mal abbremsen sonst haben ein Problem Stopp Brems doch Gas 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 Mensch wie ich das Hass hoffentlich haut es nicht zu Eichweid ab so die schmeißen wir weg die brauchen wir nicht und jetzt heißt es laufen laufen und noch mal laufen ich weiß nur noch grob die Richtung also wir müssen da warte Dingenskirchen der Tempel bei dem Tempel hat mir nacht verbrachten sind glaube ich in diese Richtung ich bin mir nicht sicher ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb manchmal ich glaube da kann ich was erkennen was wie ein Gebäude aussieht ich habe so ein ungutes Gefühl ach nee 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 da das ist die genau da ist es nämlich an diesen Stein an diese Stein ups an diese Wand da drüben da mit dem Brunnen da kann ich mich dran erinnern da hatte ich Kohle rausgekratzt so ein bisschen hat man ja gebraucht zum überleben der Vorteil ist ich weiß dass ich in denen ihrem Dorf da vorne ein Bett gebaut habe und auch einen Ofen da dürfte hoffentlich ein bisschen Kohle drin sein so und dann besuchen wir mal die netten Nachbarn mal gucken was ist dem so hier geht in der Wüste was sind sie denn alle hallo 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 ah ich höre da was ach du scheiße hm der will Pfeile der bietet Smaragd für Fisch aha der will gleich zwei Gegenstände er bietet Brot für Smaragd den hat man schon ok von denen ist also keiner dabei dieses Haus hier ist scheiße warum hängen jetzt eigentlich alle hier drin ab so was bietet du ein Feuerzeug für Smaragd und du Brot für Smaragd mach mal die Tür auf hallo du bist Brot Metzger bietet Smaragd für rohes Rindfleisch hm ist ja jetzt auch nicht grad das idealste hallo Metzger was bietest du eine Ledertunica für Smaragd was bietest du Brot ich fürchte ich fürchte wir haben hier eine Niete gezogen mit diesem Dorf naja das war das Haus ach jetzt kommen sie alle raus auf einmal hm hm ach schlecht um es mal so auszudrücken keiner von denen hat irgendwie auch nur im Ansatz ach schlecht ganz schlecht was machen wir denn was machen wir denn was machen wir denn da und wo ist überhaupt das Haus mit dem Bett also ich bin doch nicht beschädig ich weiß hier war irgendwo ich weiß nicht mal welches es war aber irgendeins war es ich glaube es war das da oder ne das ah es war doch das da hier oder ich hatte doch hier das ist keiner von denen eine Melona anbietet ist ganz schlecht ja ja ich habe gedacht ach da ist mein Bett das ist absolut ungut das ist wirklich absolut ungut das ist so vom Pech verfolgt einfach jetzt muss ich mir überlegen ich meine drüben ist noch ein Dschungel ich habe hier keine Karte ich hätte mir noch eine machen sollen nicht ich sag mal so wenn wir Glück haben findet man vielleicht da drüben sogar etwas interessantes ist da äh ist da noch ein Dorf da habe ich mich da gerade verguckt ne da da stehen noch Gebäude da ist noch ein Dorf direkt neben dem anderen also war das doch damals keine Fata Morgana da habe ich doch ein Dorf gesehen ich glaube es nicht heiwallig es ist unglaublich aber wahr so ich gucke aber gleich noch mal ich hier wenn ich schon mal da bin nur so ein kurzen Blickwagen hier so in die Ecken rein man weiß ja nie ob ihr nicht was ist hier ist allerdings eine schöne Wiese eine schöne Location vor allem auch hier hätte ich bauen sollen da hinten sind fährt und ich hab kein Sattel dabei aber ich finde ich es echt hübsch ohne Scheiß was hallo Dorfbewohner Mann eine Schere hallo hallo Dorfbewohner Stopp 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 bleib doch mal bitte stehen bitte oh Brot ah ein Priester oder Papier hier spitzest du kocht Fisch ah was bist du für einer Hufschmied hallo hallo 2 haben sie nicht auch immer so eine Kiste hier verdammt sie gehen 1 verdammt das ist absolut ungut absolut ungut auch Menno aber guck mal wie schön das hier haben ey die haben voll die geile Location und da drüben das wäre richtig geiler Platz für mein Haus weil wie viel Fleisch hier rumläuft das gras ich jetzt mal kurz ab das ist ja das ist ein Paradies hier warum kann das Spawnpunkt nicht hier sein gut warum ist das Never Portal auch nicht hier in der Nähe äh das Endportal sag ich mal aber schaut euch das mal an ey das ist hier wunderschön auch hier nicht noch so viel Fleisch rum hier war doch noch mehr Fleisch irgendwo irgendwo war hier noch ein bisschen was aber es wird langsam dunkel und es wird langsam auch Zeit die Folge zu finden und darum töd ich jetzt erstmal schnell 3 Schafe hier waren ja genug 2 Wolle haben wir schon ein Schaf brauche ich noch komm schon ich wollte eigentlich noch schnell ein Bett bauen bevor ich äh bevor ich hier irgendwo in Ruhe nicht ausruhen kann was sind denn jetzt die Schafe hier nach da vorne oh hier ist echt schön also ich weiß nicht am liebsten würde ich hier bleiben bleib stehen danke so haben wir jetzt 3 ja das reicht gut wir haben kein Holz aber ich beende die Folge erstmal hier und nächste Folge machen wir es uns hier ein bisschen gemütlich also bis dahin machts gut ciao tschau 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 tschau